Hallo zusammen, ich bin Samir. Ich mache die Lehre bei der Firma Häuslmann Metall als Kaufmann. Heute zeige ich euch gerne meinen Alltag. Kommen doch mit! Ein KV-Lehrling bei der Firma Häuslmann besucht im Laufe der Lehrzeit drei Abteilungen. Das wären die Abteilungen Einkauf, Verkauf und Sonderdienst. Im Einkauf sind die Hauptaufgaben, dass man Lagermaterial beschafft. Da kommt dazu, dass man bei den Lieferanten Anfragen sowie Bestellungen macht. Im Verkauf hat man den Kundenkontakt. Da beratet man die Kundschaft per Telefon, nimmt Anfragen entgegen und allenfalls auch Bestellungen. In der Sonderdienstabteilung verkauft man Artikel mit Fremdarbeitungen. Am meisten gefällt mir in dieser Firma Arbeitsklima untereinander. Ich mache die Lehre bei der Firma Häuslmann, weil durch die verschiedenen Abteilungen, die man in der Lehrzeit besucht, die ganze Arbeit sehr interessant und abwechslungsreich ist. Es ist auch wichtig, dass man kundenkontaktfreudig ist, weil man in den verschiedenen Abteilungen mit Kunden sowie mit Lieferanten zu tun hat. Das war mein Alltag. Falls euch das gefallen hat, bewerbt euch doch heute. Tschüss zusammen.